Hallo, willkommen zurück, Freundchen und Freundinnenchens. Keine Ahnung. So, wir gehen in den Schrein rein, den wir hier unter diesem Felsen gefunden haben. Im nordwestlichen Gebiet. Weil wir da jetzt noch die übrigen Teile erkunden wollen. Deswegen sind wir hier. So, Schrein Nummer 1. Sagt bloß, hier ist nichts zu machen. Was? War das Rätsel, hier reinzukommen oder was? Naja, gut. Ich akzeptiere es mal. Kann ja nicht überall ein Rätsel sein, ne? Ups, da bin ich von Hilfe. Ehrlich jetzt? Zum Glück kann man da wieder hochlaufen. Ich meine, uns fehlen insgesamt noch ziemlich viele Schreine. Deswegen, irgendwo müssen die ja alle sein. Hier war schon mal einer. Ich wollte den sowieso eigentlich fast nur machen, damit wir wieder full life sind. Weil mich stört das ziemlich, wenn da irgendwie 15 leere Herzen sind. Das ist ein bisschen nervig. So, wir sind bei 73. Ja, das sind immer noch einige, ehrlich gesagt. Hm. Sogar ziemlich fucking viele. Nein, echt? Das geht? Wohin kommen wir da? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall verlieren wir dann dadurch keine Herzen. Das ist schon mal Wasser. Ist da ein Wasserfall? Vielleicht wäre das nicht so sonderlich schlau, wenn wir den Wasserfall runterdüsen. Und runter. Schnell. Bevor wir zu viel verlieren. Man findet halt echt dabei richtig schnell leben. Nee, da sehe ich nichts. Anderes Gebiet. Okay, wir sind jetzt hier. Okay. Dann gehen wir wieder rüber. Da ist das schon ein bisschen kuscheliger hier. Mit dem ganzen Schnee. Hm. Erstmal ein Iglo bauen. Du, wenn das gehen würde. Das wäre richtig nice. Da ist doch ein Totenkopf, oder? Da ist doch bestimmt... ...was drin. Ich sehe doch jetzt schon diese Steine. Direkt unter mir. Komm nachher, komm nachher. Oh. Bitch. Hier war gar kein Eingang. Echt? Nur ein Loch? Oder kann man das aufspringen? Nö. Funny. Waldbogen. Waldbogen. Fünf Schuss? Jo, ich meine, die fünf Schuss sind geil, aber... Aber sonst... Aber sonst... Hm. Dass man da nicht rein kann. Funny. Ja, okay. Jetzt nicht vielleicht... Haha, funny, aber... Ne? Funny. Oh nein, da ist so ein Goldenes. Ach, fuck it. Nein, nein. Oh, ich bin doch behindert. Schlag halt den Topaz runter. Chili. Nein, Waldbogen. Oh, Wildbären. Ja, okay. Der Fünferschuss ist vielleicht nicht so scheiße. Wenn du dann fünfmal in den Kopf triffst oder sowas. Autsch. Der macht sogar Schaden. Oder ich mach einfach gar keinen Schaden. Gritter, Zweihänder. Jo. Das ist einfach nur eine Flagge, nehm ich an. Oh, sieh mal einer an. Komm, zeig dich. Wieder ein paar Mal ins Gesicht. Oh nein. Oh nein, ich bin dumm. So, den will ich sogar haben. Die sind halt echt praktisch. Dann lass ich lieber noch den hier liegen. Polarstab ist geil. Okay, sind wir eben an was vorbeigelaufen. Ich hoffe einfach mal nicht. Ach, wir waren gar nicht auf der Seite jetzt, ne? Es stört mich ein bisschen, dass wir nur eine Seite gerade abdingsen. Abdingsens, bumsens. Aber da ist ein Fluss. Ist das richtig? Wie können wir nur so halb hinauf, weil ich will halt keine Leben verlieren, wenn ich da hinaufgehe. Das ist natürlich doof. Ah, wir können springen. Das nenne ich praktisch. Oh, da ist noch ein Totenkopf. Da sind aber diesmal richtige Gegner drin, du. Komm, der sieht mich doch hier niemals hinterm Baum. Okay, ähm. Ich will wahrscheinlich ihn vereisen, oder? Ach, kommt noch ein. Dann ist er rot. Dann könnte ich den Fünfer-Schussbogen nehmen. Und einfach den mit... Oh, Bombenpfeil habe ich nicht. Ah, schade. Will ich einfach alle vereisen, oder was? Hä, was? Das ist ja Insta wieder weg. Ach. Wenn man das mit Eis benutzt, dann ist es einfach Insta wieder weg. Das ist ja funny. Aber dann macht es mega Schaden. Ich glaube, das vereist mehrmals hintereinander. Aber weil es fünf Schüsse sind... Nee, warte mal. Hm. Bei fünf Schüssen macht das gar nicht mal so Sinn, oder? Hm, vielleicht doch. Hm. Warte, aber da ist noch irgendwo was. Was? Da muss noch einer sein. Ist da noch ein Turm? Habe ich das schon mal... gelootet? Wenn es so leuchtet, kann es sein, dass man das schon mal gelootet hat? Anscheinend schon. Also anscheinend war ich dann schon mal hier. Ups. Fällt mir ein. Das sollte ich wahrscheinlich weg machen. Hier waren wir aber auch komplett nicht. Wir machen das mal hier noch hin so. Wahrscheinlich sollte ich mehr hin machen. Ich war hier überall nicht. Einfach, um besser zu wissen, wo ich schon war. Bestimmt, ich habe eigentlich das komplette Gebiet hier fast gar nicht gemacht. Das ist ziemlich dumm. Und dann frage ich mich immer so, hm, wo sind denn die ganzen Schreine? Ja du, vielleicht da, wo du nicht warst, Depp. Ich bin halt auch gut. Warte mal. Und sagt, bloß da unter uns ist was. Ist da ein Eingang oder sowas? Ah, ne. Das ist einfach nur eine Schlucht. Ja du, was willst du denn hier jetzt? Könnt ihr mich nicht einfach alle in Ruhe lassen? Okay, dann. Bei dem Schrein waren wir, aber wir gucken vielleicht nochmal. Ich glaube, da habe ich nicht allzu sehr rumgesucht. Ich glaube, ich bin einfach nur zum Schrein und dann ciao, ciao. Ob da wohl was drin ist? Wollen wir mal nachsehen? Treffe ich den von hier? Noch ein bisschen weiter hoch? Reicht das? Nope. Nice one. Sag bloß, da ist einfach gar nichts. Komm, einer reicht jetzt, oder? Wenn ich jetzt noch treffen würde. Hm. Nicht mal ein Krog? Das ist traurig. Das ist richtig traurig. Ich hätte gerne so einen Ziegenbock, den ich hier reiten kann. Und zwar über Berge und sowas. Der ist nicht gestorben. Boah, das ist ja ein scheiß Schwert. Oh, und da scheint es irgendwo rein zu gehen. Ich glaube, da gehen wir hin. Wobei es vielleicht nicht so dumm wäre. Wenn ich vorher hierher gehe. So an die Spitze. Du weißt. Ach, da muss ich hin. Ich verstehe. Sollte reichen. Ehrlich jetzt? Jetzt musste ich den fucking Spell dafür benutzen. Nur weil ich zu schlecht bin. Naja, gut. Das Ding ist, eigentlich wollte ich ganz woanders hin. Aber vielleicht gehe ich jetzt doch lieber so rum. Warte, da sehe ich doch was, oder? Natürlich. Ihr Motherfucker. Okay, 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 okay. Einmal hoch oder so. Kann das sein, dass wir da hoch müssen. Ja, würde ich mal machen. Hm. Ja, wenn wir jetzt was anderes anziehen, dann wird uns kalt, ne? Ach, vielleicht sollte ich da noch gucken, was drin ist. Da ist einfach so ein einsamer. Wow, klasse. Edelwild war da eingefroren. Hm, Kühlschrank. Okay, dann gehen wir doch mal da rum. Money. Oh Gott. Wie konnte das den nicht treffen? Du willst mich doch verarschen. Ups, da hat es irgendwie voll hart geleckt. Zwei Mal nicht getroffen. Ha. Bitch. Ich habe Bomben für euch, Leute. Schreien die in der Nähe? Echt? Der Arm. Was ist, wenn wir den hier machen? Dann brennen die nicht. Ah, ich bin dumm. Einfach mal zielen. Ich gehe das mal mit zielen. Ich höre über uns so ein Polading. So ein Magier. Hatten wir nicht eben noch ein Schrein? Nein. Nein. Jetzt haben wir gar keinen mehr. Wo waren wir? Müssen wir noch mal nachgucken. Hä? Wir hatten den eben noch angezeigt bekommen. Als wir hier drin waren. abgesehen davon, warum ist hier immer Speichervorgang. Achso. Anscheinend in der Richtung. Du, dann klettern wir einfach hoch. Vielleicht ist das schwerer als gedacht. Ja, das reicht nicht ganz. Das ist ziemlich traurig. Nicht sterben. Nicht sterben. Egal was du tust. Nicht sterben. Wie es halt nur ganz knapp nicht reicht. Scheiß. Feuerschwert könnte echt härter brennen. Und ich habe da keinen Halt, oder was? Autsch. Ich hasse mein Leben so sehr. Okay, ich esse was. Ausnahmsweise. Aber nur ein bisschen. Der hat nicht mehr verdient, Leute. Okay, kletter langsam hoch, okay? Vor uns ist nämlich ein Schrein. Dann sind wir wieder full life. Wenn wir den machen. Das ist dann alles gar nicht mehr so schlimm. Komm schon, die Ausdauer reicht doch easy. Ich habe nur nie Geduld. Und dann springe ich viermal. Und dann reicht es halt nicht mehr. So wie jetzt zum Beispiel. Was? Was? Nein, ich bin behindert. Ich bin halt echt behindert. Das passiert, wenn man keine Geduld hat. Aber ich habe eine Lösung gefunden. Wie findet ihr die Lösung? Ich finde sie klasse. So, dann soll irgendwo ein Schrein sein. So, erstmal wieder hier. Was warmes anziehen. Ja, warte. Was für einen Effekt kriege ich? Kein Gefrieren. Nur, das brauche ich gar nicht mehr so unbedingt. Wie er ins Zentort ist. So, das müsste irgendwo über uns sein. Eigentlich theoretisch. Jetzt wahrscheinlich direkt da. Oder etwa nicht. Unter uns? Oh Gott. Das könnte echt sein. Das könnte echt da ganz unten sein. Aber irgendwie nicht. Oh Gott, wo sind wir hier? Oh Gott, was? Oh Gott. Oh Gott. So was gibt es? Kannst du bitte umfallen? Glasirock. Oh mein Gott. Deswegen brauchen wir das. Du? Ich glaube, ich esse was. Wobei, never mind. Mach ich nicht. So, jetzt können wir aber nicht gefrieren, weil wir die Lust haben. Autsch. Bitte kipp um. Danke. Ja, jetzt gefrieren wir nicht. Ach, jetzt ist es wieder ein normaler Stein. Oh. Autsch. Das gehört sich auch nicht. Ich habe doch getroffen, oder? Ja. Nein, 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 nein. Nicht runterfallen. Glasirock. Klingt auch funny. Autsch. Du, gehört sich das? Kommen schon noch zwei Schläge, oder so? Ja, geil. Haufen Opal. Saphir. Hm. So gefällt mir das. Ja, hat sich das fast hier gelohnt schon. So, wo sind wir jetzt? Ziemlich in der Mitte von dem ganzen Haufen. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Stempel löschen. Wir machen einen Stempel vielleicht hier hin. Dass wir da nochmal reingucken. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Und damit du meine Let's Plays nicht vergisst. Tudu. Dürfen, schnacken. H trzy he 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 he. Okay. Tschüss. Ja, ich darf mich nicht vergisst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. yogurt. Tschüss. Tschüss. Toh. Tschüss. Oui. tschüss. punt.